Hallo meine Lieben, vielleicht geht's euch gerade genauso wie mir. Auf der einen Seite denkt man, yay, endlich ist ein neues Update raus und neue Sachen im Spiel. Oder auch, yay, wir haben endlich ein neues Pack, man kann endlich was Neues mit seinen Sims spielen. Aber dann kommt automatisch das nächste Problem. Alles ist kaputt. Die CC-Betten funktionieren nicht mehr, die Haare sind kaputt, Probleme im Spiel mit den Mods. Ich zeige euch in diesem Video mal drei einfache und schnelle Methoden, was ihr machen könnt, um euer Spiel wieder zum Laufen zu kriegen, wenn ihr Custom Content im Spiel habt oder auch Mods. Das erste, was ich euch immer rate, wenn ein neues Update oder ein neues Pack kommt, nehmt immer alles aus eurem Mods-Ordner raus. Alles rausziehen, in einen anderen Ordner ziehen und was ich euch auch immer empfehlen kann, macht von den wichtigen Sachen eine Kopie. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine extra Festplatte und dort habe ich einen Ordner, der heißt Sims 4 Backup. Und da rein ziehe ich immer meine Mods, meinen Saves und meinen Tray. Und das mache ich relativ häufig, gerade wenn ich länger gespielt habe, um meine Sachen zu sichern. Dass wenn aus irgendeinem Grund durch ein Update, durch ein neues Pack mein Spiel kaputt geht, dass ich meine Sims und meine Häuser und alles, was ich so besitze in dem Spiel, auf einer extra Festplatte gesichert habe und die Sachen nie verloren gehen. Das nächste, was ich euch raten kann, ist, die Modder brauchen ein paar Tage Zeit manchmal, um die Sachen zu aktualisieren. Also haltet die Augen offen, ihr könnt dann nämlich auf den Seiten auch immer sehen, wann das letzte Update war und ob das mit dem jetzigen kompatibel ist. Dann ladet ihr die Sachen runter, ersetzt die alten Dateien mit den neuen und zieht dann die Sachen erst wieder in euer Spiel. Das sind so die beiden Dinge, die ihr vorher bitte macht. Nehmt die Sachen raus, wenn ein Update und ein Pack kommt, sichert eure Sachen und zieht die Sachen erst wieder rein, wenn die neuen Updates da sind und die Sachen auch wieder funktionieren können. Das erste Programm, was ich euch vorstellen möchte, ist der Tray Importer. Es ist ein grandioses Programm, denn ihr könnt damit komplette Sims runterladen und sie zum Beispiel auch an eure Freunde schicken oder sie irgendwo abspeichern. Das ist zum Beispiel jetzt so, ich gehe jetzt einfach mal auf mein Custom Content und meistens ist es ja so, wenn man dann da so ein bisschen unterwegs ist, dass man dann auf einmal merkt, man klickt so die Haare durch, guckt sich so an und dann hat man so einen wunderherrlichen Moment, wo man zum Beispiel sagt, oh, die Frisur finde ich schön und dann sieht man das und denkt sich, okay, diese Haare sind kaputt. Das ist dann der Moment, wo ich mir sage, okay, ich sammle mir meinen Sim zusammen, also das heißt, ich gehe auch alles mal durch an Custom Content und gucke, was ist noch so kaputt. Dann kleide ich den Sim komplett mit diesen kaputten Sachen ein, dann gehe ich hier oben auf Haushalt speichern und gehe auf in meiner Bibliothek speichern. Wenn ihr das gemacht habt, dann beendet ihr das Spiel und dann starte ich hier den Tray Importer. Und dann ist es so, dass der Tray Importer dir alle Sims anzeigt, die ihr in letzter Zeit, ja, gespeichert habt. Das heißt, ich klicke dann auf diesen Sim und dann kann ich auf den Reiter Dateien und CC gehen. Und dann durchsucht er das und zeigt mir die Dateien an, die ich da verwendet habe. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel mit Doppelklick da draufklicken, er öffnet mir automatisch den Ordner, wo das drin ist und markiert auch sofort das H. Das heißt, ich brauche dann dieses H nur noch anklicken und löschen und genauso kann ich es dann mit dem anderen H machen. Und so habe ich dann zum Beispiel schon mal diese beiden Haare rausgelöscht aus meinen Ordnern, die kaputt sind. Genauso könnt ihr aber, wenn jemand von euch sagt, boah, dieser Sim ist so schön, den hätte ich so gerne, dann könnt ihr hier oben auf Exportieren gehen. Entweder ohne CC oder mit CC. Dann gehe ich zum Beispiel Exportieren mit CC, drücke auf Exportieren, suche einen Speicherpunkt aus. Und dann habt ihr hier eine Datei mit diesem Sim, die könnt ihr dann zum Beispiel an euren Freund, Freundin, was auch immer, schicken oder bei Google Drive hochladen, sodass der sich den holen kann. Und dann hat er den kompletten Sim von dir mit dem CC mit drin. Also eine grandiose Sache zum einen, um CC zu entfernen, aber auch eure Sims an eure Freunde oder sonst wen weiterzuschicken. Alle Programme verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Das nächste Programm, was ich euch vorstellen möchte, ist der Sims 4 Mod Manager. Der Sims 4 Mod Manager ist so aufgebaut, dass er automatisch euch die ganzen Sachen in euer Mods-Ordner anzeigt. Also auch euer komplettes CC. Also alle Ordner, wie ich sie benannt habe. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf den Reiter CC geht, dann zeigt er euch euren kompletten CC-Ordner an. Und vielleicht möchtest du mal aussortieren. Und sagst dir, ich habe zu viel, ich möchte mal aussortieren. Dann rate ich dir, dass du den Ordner CC öffnest. Ich habe das ja alles strukturiert. Und ich würde jetzt zum Beispiel mal sagen, ich möchte einfach mal den Bereich Haare machen. Ich habe den aber ausstrukturiert. Das heißt, ich rate euch, damit das nicht zu unübersichtlich ist, zieht alles aus dem Ordner raus, was ihr gerade nicht bearbeiten wollt. Und lasst nur das drin, was ihr bearbeiten wollt. Dann aktualisiere ich die Seite hier bei Home. Dann seht ihr, dass das automatisch aktualisiert hat. Nur noch die Haare im Ordner anzeigt. Und dann könnt ihr euch einfach mal durchklicken. Das Schöne ist, wenn ihr jetzt bestimmte Dinge nicht mehr haben wollt. Entweder könnt ihr hier alles aktivieren und deaktivieren. Genauso mit Mods. Oder ihr könnt einzelne Sachen anklicken. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt nur noch die langen Haare drin. Und ich sage jetzt einfach so, das will ich nicht mehr. Das, 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 das. Ich klicke jetzt einfach mal ein paar Haare an, wo ich sage, ich will die nicht mehr haben. Dann werden die automatisch so ausgegraut. Damit ihr auch wisst, was ihr deaktiviert habt. Wenn ich jetzt in den Ordner gehe, dann seht ihr Package Off. Die haben also automatisch, zeigt er mir an, welche von denen ich entfernt habe. Und dann kann ich euch super gut empfehlen, dass ihr auf Typ klickt und nochmal. Und dann werden die direkt oben alle angezeigt, die sozusagen deaktiviert sind. Dann braucht ihr die nur noch markieren und löscht sie aus eurem Ordner. Das war's. Dann sind die Haare oder was auch immer weg aus eurem Spiel. Außerdem kann ich euch sagen, lohnt es sich, den zu holen. Denn sie arbeiten an weiteren Dingen. Wie zum Beispiel, dass er kaputte CC von selber entdeckt. Dass er doppelte Dateien entdeckt und entfernt. Ihr seht, das ist alles in Planung und im Machen. Und ich kann euch so empfehlen, euch dieses Programm runterzuladen. Denn es hilft euch, euer Spiel besser aufzuräumen. Und last but not least, das letzte Programm, was ich euch vorstellen möchte, ist das Sims 4 Studio. Und dieses Sims 4 Studio kann ja so viel. Also ihr könnt ja damit auch sogar selber Custom Content herstellen. Aber wenn ihr in diesem Studio seid und auf Mein Custom Content klickt, öffnet er automatisch auch wieder den Reiter mit den Mods, wo all euer Custom Content drin ist. Und ihr könnt dann zum Beispiel auf den Ordner klicken, dann auf die Unterordner. Und dann könnt ihr euch durch die einzelnen Produkte und Haare und was auch immer durchklicken. Und könnt euch die von allen Seiten angucken, mit allen Kolorierungen und schauen, sind die noch gut, sehen die noch gut aus. Könnt aber auch hier rechts es verändern, dass es zum Beispiel auch für Männer möglich ist. Also ihr könnt auch hier die Outfit-Arten und so weiter anpassen, dass es zum Beispiel auch überall angezeigt wird. Wichtig ist, dass ihr dann immer hier unten speichert. Wenn ihr aber zum Beispiel diese Frisur nicht mehr haben wollt, dann drückt ihr einfach hier unten auf Löschen. Dann löscht er diese Datei. Und dann könnt ihr euch hier links einfach weiter durcharbeiten. Das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Auch mal über diese Art und Weise, weil ich mir hier die Sachen auch sehr gut und nah und detailliert angucken kann. Also das Sims 4 Studio ist eine grandiose App, mit der man sehr gut arbeiten kann. Das sind so meine Programme, mit denen ich arbeite, wenn irgendwas nicht funktioniert und meine Mods und mein Custom-Content leider kaputt ist und spinnt. Mit diesem Programm ist euch gut geholfen. Wenn ihr wissen wollt, was für Mods ich gerne benutze und welche immer in meinem Spiel enthalten sind, dann schaut doch gerne mal euch dieses Video hier oben an. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Bleibt kreativ. Fühlt euch im Ärmelt. Euer Rainier. Ciao! Ciao!